Update zu meinem Curaprox-Code. Meine Lieben, ich habe leider erfahren, dass mein Code zurzeit nicht funktioniert, der Curaprox-Code Dr. Ami20. Ich kann euch versichern, er wurde verlängert. Die Zusage habe ich bekommen. Da muss bei Curaprox irgendwas schiefgelaufen sein, dass er doch intern nicht verlängert wurde. Mir tut das Ganze furchtbar doll leid. Ich bin schon dabei, also daran, das in Gang zu bringen. Leider kommt noch erschwerend hinzu, dass Curaprox, also alle Mitarbeiter dort, noch diese ganze Woche im Urlaub sind. Ich hoffe trotzdem, jemanden erreichen zu können, dass der Code wieder aktiviert wird. Und ich gebe euch auf jeden Fall nochmal Neuigkeiten, ein Update, sobald das der Fall ist. Ansonsten kann ich euch nur bitten, habt Geduld. Er wird auf jeden Fall wieder funktionieren. Ich denke mal spätestens am Montag, wenn alle wieder aus dem Urlaub zurück sind, vielleicht sogar schon eher, was ich hoffe.